Ja, li, hallo, hallöchen und einen wunderschönen guten Abend hier zum Astrakon und Rondomedia Zockerwochenende. Und was darf da nicht fehlen? Zerhanda, eins meiner Lieblingsspiele von den Rondomedia. Ähm, ja, was haben wir jetzt vor? Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach Open End The Hunter. Das heißt, wir müssen noch nicht, wann wir aufhören, wenn wir halt keinen Bock mehr haben. Oder der Quastin keinen Bock mehr hat, oder einer von uns irgendwie keinen Bock mehr hat, dann hören wir auf. Ähm, leider haben wir ein kleines Problem, und zwar Patrick, der ist, äh, der spielt im Singleplay, weil der kommt irgendwie nicht auf den Server. Es gibt da ja ab und zu das bekannte Problem, dass es einfach nicht funktioniert. Warum, weiß keiner. Ja, so, aber ich begrüße jetzt erstmal Patrick, hallo. Hallo. Ja, dann den Askamon, auch bekannt bei YouTube und, äh, Milchbart, hallo. Hallo. Ja, und dann The Killer, unser Dennis. Hallo. Und unser, ja, Stammesältester, der Quastin, hallo Quastin. Hallo. Ja, ich hoffe, man hört ihn heute. Ja, hoffe ich auch. Äh, genau, das sieht er, weil er hat heute einen Surfer eröffnet, weil ich streame und dann ist es blöd. So, wie wollen wir jagen? Also, wir wollen auf alle Fälle, wir haben uns eine Gruppe gebildet, wir sind alle im gleichen Team. Und wer hat da Hintergrundgeräusche? Hä? Hä, 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 hä? So, auf alle Fälle, wir haben da jetzt kein festgelegtes Ziel oder irgendwas. Wir verteilen uns jetzt und schauen einfach, was wir für die Flinte kriegen oder für den Bogen oder was auch immer. Und schauen, was wir so zusammen eigentlich, ja, ähm, schießen. Also, von mir aus können wir auch schon losgehen. Ähm, das soll hier einfach jetzt ganz locker abgehen, ohne irgendwelche Verpflichtungen oder ohne irgendwelche, ja, wie sagt man, ja, Jagdziele oder so. Sondern einfach mal für alle, die was sie handeln und erkennen, einfach mal kennenlernen wollen. Die können jetzt einfach mal schön zuschauen. So, und ihr wisst, nicht in meiner Nähe jagen. 560 Meter Abstand von mir, so. Ha, 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 ha. Oh, ja, und dann grüße ich natürlich mal alle, die jetzt dabei sind im Twitch. Und da haben wir Schuschan, Frank121. Ja, dann Piet's Frau, mein Schatz. Dann ist bestimmt Niki schon mit dabei. Carlo, Christ, auch dich unten, Uwe. Und wen haben wir sonst noch? Haben wir irgendjemand vergessen? Nein, so wie es ausschaut, nicht. Aber ich kann ja mal kurz... Da ist es noch dabei? Ich kann ja mal kurz... Ich schaue jetzt mal kurz rein in die Führerliste und grüße mal von A bis Z alle. Dann haben wir auch alle erwischt. Komm, lad, bitte, lad. Jetzt machte die Führerliste nicht auf. Mann, ist das... Naja, leider, leider. Ja, die Kanone ist auch da. Hallo, ich grüße auch dich. Und ja, dann geht es auch schon los. So, also, jeder darf eigentlich jagen, was er will. Oder, Christian, hast du irgendwelche Einschränkungen? Nein. Okay. Jo, danke, Uwe. Und ich hoffe, dass wir auch was Schönes vor die Frente kriegen. Oder, dass ich zumindest was Schönes vor die Frente kriege. Weil ihr seht ja hauptsächlich nur das, was ich schieße. Aber wir haben uns alle in ein Team gestellt. Um zu sehen, welche CSS wir zusammen erschießen oder erjagen. Leider, Patrick ist natürlich hinten im Hintergrund im eigenen Spiel. Weil er leider nicht draufkommt. Das ist so blöd, ab und zu. Naja, mal gucken. Gibt's schlimmer, Rett. Ja. Ja, Pits Frau fragt, wen jagen wir denn da? Wir jagen den Braunbär, den Elfen, das Reh. Und natürlich den Fuchs. Den rohen Fuchs. Genau. Und ich jag natürlich hauptsächlich männlich. Ja, dann wünsche ich noch schön bald mein Teil, ne? Ja, an euch auch. Gleichfalls. Danke. Also, wir haben jetzt keine Fässer gefüllt oder irgendetwas. Wir machen einfach ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ja, welche Waffen... Die rummeln ja auch nicht, ne? Welche Waffen habt ihr dabei? Fang mal an, weil Patrick, mit was jagst du? Also, ich glaube, mit die 9,3. Mit die 223. Okay. Mit die Anschütz. Okay. Und dann hängt noch nebenbei noch eine armen Wurst mit bei. Ah, okay. Die armen Wurst. Und kein Flitzebogen, das mal? Ne, der passt eher nicht mal rein. Ah, weil normal bist du der Flitzebogen. Da sind leider die Taschen voll. Okay. Askerman, was hast du dabei? Äh, die normale Anschütz. Die 1.780er. Okay. 0,750er, also die Standart, ne? Und ein Schrotgewehr, das G12er. Okay. Dennis, bei dir? Ja, ich habe auch die normale Anschütz dabei und die 223. Okay. Und was denn? Auch die Armschütz und die Schrotfinte 12G. Hast du Munition dabei? Munition dabei. Gut, super. So, und was habe ich dabei? Ich habe die 300er dabei. Momentan, äh, seit ein paar Tagen meine Lieblingswaffe, seitdem ich weiß, dass die wirklich cool ist. Dann habe ich die 223 von Rotfuchs dabei und dann den, ja, einschlüssigen Revolver, den 308 Dossler. Ja, mal schauen, was wir da legen. Also mit der 300, da strecken wir wirklich auch alles schön gleich nieder. Das hätte ich nicht gedacht. Ich war ja auch immer der Freund von der 9.3. Aber da haben alle so geschwärmt von der 300, ja? Das probieren wir doch das Teil mal aus. So, und dann Caller dabei, natürlich die richtigen, hoffe ich. Wieso? Du kannst doch selber rufen, oder? Ja, ja, ich rufe ja selber. Was meinst du jetzt damit? Ha? Was denn? Mach den Mund auf und dann kommt doch echt. Kannst du die Tiergeräusche nicht? Nein, dafür habe ich doch Caller, aber hallo. Und da außerdem, Stein macht schlechte Geräusche, weißt? So, bevor ihr damit kommt, komme ich selber damit. Ja, 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 ja. Ja, Steine jagen macht auch Spaß. Da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Echt? Ja, aber Askermann vielleicht. Der denkt doch des Öfteren dran. Obwohl, so ein Locko vom Nullsteigen kann schon interessant sein, ne? Ja, wie soll ich das sagen? Wieso, Berg runterkultern oder was? Ja. So, klick, klick, klack, 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 deine Steine kommen noch, pass mal auf. Ha, 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 du bist ja voll sicher, oder was? Ja, ja. Vielleicht war das ein Bär, oder auch nö, aber ein Stein. Nein, also, also ich glaube, das ist einfacher, ein Bär von einem Ding, ein Stein zu unterscheiden. Bei Wildschweinen kann das passieren. Glaub mir. Aber das Gute ist, die Steine, die bleiben ganz still liegen und bewegen sich nicht. Das trifft man auch. Das stimmt, ja. So. Oh, das ist ein Call von Reh. Mal gucken, ob es kommt. Was, weiblich, männlich? Ähm, muss ich mich überraschen lassen. Bin auch nicht so weit mit dem Skill. Ah, okay. Ja, genau, Skill. Man kriegt Skille. Also man baut sich sein Skill auf und erfahrt man natürlich dann immer mehr von den Tierhörern. Ähm, durch das Callen, wenn man das aufnimmt, durch die Spuren, wenn man aufnimmt. Und dann erfahrt man natürlich irgendwann nochmal auch das Gewicht in ungefähr ein Score, ob männlich oder weiblich und, 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 und. Oh, ich seh's gerade. Ne, ist weiblich. Okay, kann ich weitergehen. Hm, naja. Also... Das kann ich nicht haben. Okay. Patrick, tust du schon was? Ne, ich bin jetzt noch nicht. Wo bist du unterwegs? Ich bin oben gestartet. In Hemmedal. Ah, bist auch in Hemmedal. Okay, mal. Ja, fairer, also, da werden gleiche Map spielen, kommen wir übrigens über die gleiche Sache und sich dann unterhalten, ne, über die Landschaft und so, ne. Ja, stimmt. Apropos wie, 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 apropos Landschaften und so. Habt ihr alle euch dann schon mal die Informationspoints, die was es dort gibt, angeschaut? Auf jeder Map? Wie? Da gibt's auch die E's. Da gibt's auch die E's, weißt du, auf der Map. Da sind wirklich spezielle Punkte, sind. Habt ihr die euch schon einmal angeschaut? Ja, bei manchen ja, da gibt's sogar so eine riesengroße Hängebrücke. Die ist geil. Die ist geil. Die bei Logers Point, das gefällt mir am besten. Es ist also, da gibt's schon schöne Sachen da, ne, zu sehen an die Informationspunkte. Ja, gut. Nee, passt, da red weiter. Oder Logers Point unten am Umspannwerk. Da, wo die Hochspannungswertung lang geht, ne. Wo endet dann unten. Genau, die ist auch cool. Ja, und ich hab bei der Hängebrücke, wo war ich mal oben und hab von oben einen, äh, ich glaub Weißwedel war das, oder Schwarzwedel. Was trifft man da noch? Weißwedel. Schwarzwedel. Ah, ich weiß nicht. Weißwedel. Genau, Weißwedel. Und da hab ich heute geschossen. Das war cool. Von oben nach unten. Das war echt genial. Schöner Blick von oben. Der war so richtig schön gestanden. Voll genial. Ja, und dann gibt's ja jetzt bald die neue Map, oder was heißt bald, man weiß noch nicht wann, aber man weiß, dass Enten kommen. Entenjagd, sehr interessant, denk ich mir. Aber halt wie der Vogel. Macht ja voll Spaß, auf Vögel zu schießen. Oh, Milchbad. Milchbad, schau's auf. Ey, ich, oh, Rosa. Okay. Ja, mal schießen, da läuft weg. Na, mal gucken, wo ich hinterher. Bin ja gespannt. Bin ich ja gespannt. Ach, ich seh auch mal erst die Spur jetzt. Aber drüben auf dem anderen Berg, da muss ich erst mal rüber. Ja, dann. Ich seh bis jetzt noch nichts. Mach mal Augen auf, was denn? Vielleicht ziehst dann was. Ich hatte bis jetzt auch nur einen Call von einer Elchkuh. Na, ich hab jetzt hier eine Spur. Ich seh nix, hör nix. Sag nix. So, ich hab ein Reh ziehend. Aber so wie's auch schaut, ja, weiblich. Mal gucken, mein Skill ist nämlich auch noch nicht allzu hoch beim Reh. Ja, die weiblichen hab ich ja zu euch geschickt. Ach so. Die sind jetzt alle hier bei mir. Ach, her auf. Das kannst du nicht machen. Ach, du siehst nix und hörst nix, Quastin. Ja, tu ich auch nicht. Dann schickst du die Weiber zu euch. Weil ja nur die Frauen sind ja immer am Labern. Ach so. Die männlichen sind ja ruhig. Ja, hallo, Patrick Wassmann. Er ist auch da. So, jetzt hat er die nächste Spur. Aber 15 bis 25 Kilogramm sieht eher wie ne Dame aus. Ich glaub, der braucht ja gar nicht folgen. Ne, lassen wir auch. Weil die Frauen schießen bringt mir nix. Es gibt ja kein Score. Ja, sie müssen alle auch laufen. Ich bin ja gespannt, was da noch kommt. Vor die Flinte. Ach ja. Also ich hab' gerade einen Call vom Fuchs. Ich hab' einen Call von... Ah, weiblich. Sie hab's gewusst, das ist ja weiblich. Ich hab's gewusst. Das hat nämlich jetzt gecallt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, er rennt weg, der Fuchs. Oh. Er hat mich wahrscheinlich gerochen. Aber wo, gerochen? Ja, stimmt. Nee, nee, ich hab' an... Ich hab' angelegt. Nee, 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 nee. Bin mir vorher noch duschen gegangen, weißt du? Ach so. Ach, du bist um neun Uhr gestartet, Kostin. Ah. Warum? Wolltest du früher? Ja, passt aber schon. Ist doch mal gut, am Tage zu starten und abends aufzuhören. Ach so, deswegen hast du so früh gestellt. Ah, ja. Ja. Dann vergeht der Tag schneller. Weil den Morgen hat man ja schon öfters gesehen, aber den Abend noch nicht. Ja, aber die Luft kriegt, glaub' ich, genauso. Lunge herz, auch ich doch getroffen, ne? Mal gucken, wie ich ihn finde. Was, um da nachher drei Schüsse braucht? Oh, ja. Eigentlich schon. Wollen wir uns sicher gehen, ne? Ja, ja, ist klar. War ja irgendwie über 200 Meter weg. Cool. Schwierig. Ja. 200 Meter Lunge herz. Ich glaube, ich sehe es ja gleich, wie ich ihn gefunden habe. So steht da den Meter an Zahl. Ja, uh, er hat eine Internet-Pro-... Ne, er hat... Ne, ist ja Retro-Boy. Hallo, ich grüße auch dich. Er hat eine Internet-Probleme. So, bei Elche wissen wir ja. Einfach zwischendurch mal callen. Die melden sich hier dann. Hey, wo ist mein Elch-Call, habe ich den jetzt gar nicht doch, hier. Auf der Lunge und Herzen wird doch auch nicht weggelaufen. Na, mal gucken. Ja, gut, das war ein Elch, gell. Die Elche, die kommen hinterher ein Stück weit. Oh, da liegt er ja. Weibliches Reh vor mir, verdammt. Das rennt jetzt gleich weg und nimmt alles andere Wild mit. Schönes Reh, braves Reh. Der ist schön. Okay, wie groß, das bin ich gespannt auf den CSR-Sehr. Vielleicht muss ich mich mal positionieren, wegen Foto gleich. Dann bin ich jetzt auch mal gespannt. Oh, na ja. Doch, kann ich sehen. CSR-605, doch, ist cool. Ist schön. 179. Ist gut. Ja, ich habe mir das am Anfang, wo ich angefangen habe, mit echtem Geld alles zugelegt. Wenn ich mir das alles habe, weil gerade als Let's Player, da muss ich natürlich, oder sollte es natürlich so viel wie möglich zeigen. Und ich liebe halt die Auswahl. Dass ich heute mal sagen kann, ich nehme Armbrust mit oder einfach mal nur die Waffe und die Waffe und 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 und. So wie man halt Bock hat. Aber das ist halt eine einmalige Investition. Enten kannst du eigentlich mit Vogelschode ausschießen. Ja. Boah, aber siehst du... Aber ich weiß nicht, ob das interessant wird, auf Entenjagd zu gehen. Weil Fassaden und Rutan macht mich eigentlich nicht so an. Ah, ich habe einen Call vom Fuchs. Na dann, hol dann. Wollt ihr den Fuchs? Mein Freund, hol dir. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr sonst alles mal irgendwas? Quastin, hast du schon irgendwas? Nein. Ja, das geht's doch wohl nicht, oder? Du hast nachher schon mit Absicht gemacht, oder? Du hast den Surfer öffnet und hast gesagt, alle Tiere bitte versteckt euch, gell? John Myers kommt und der tut euch sonst noch weh. Ja, ja, ja. Naja, das kennt man alles. Die schlafen wahrscheinlich. Deswegen ist der Patrick auch seinen eigenen Surfer, weil er das weiß, dass du gemein bist. Hm? Haha. Hab bloß einfach eine gute Ausrede, eh, von wieder. Das ist dir gut gemacht. Ich hatte gerade wieder einen Call-Up vom Fuchs hier, vom anderen Fuchs, aber irgendwie will er auch nicht. Ja, hast du die Trüte? Ah ja, habe ich da. Ich weiß nicht, weil ich weggehebe wird, Pfeif habe ich bei, aber... Ja, aber der Fuchs, entweder kommt er ganz schnell. Oh, was haben wir da hinten? Ich sehe einen Fuchs, ich sehe einen. 190 Meter, wow. Das wird jetzt einfach mal probieren, ob es hinhaut, weiß ich noch nicht. Nicht laufen. Nicht weggehen. Ah, jetzt ist es in einem Stein. Jetzt muss ich ihn krollen. So, ich hoffe, der kommt auf den Call hin. Na, ich glaube, der riecht mir schon von Weitem, weil der Wind hier noch von hinten kommt. Ah, okay. Und trägt den Wind genau so genau in der Richtung, wo er ja kommt eigentlich, also wird er nur jetzt wenig Erfolg eigentlich haben. So, wo bist denn jetzt, Füchslein? Ich weiß natürlich nicht, wenn man einen sieht und dann callt, ob der dann auch auf den Call geht, oder ob der eher... Ja, klar, warum nicht? Ja, ja, da muss ich jetzt einfach mal schauen. Oder dass 190 Meter noch zu weit weg sind. Ich habe jetzt gerade eine Elchko vor mir. Okay. Aber ich habe mir doch noch zur Sicherheit doch noch ein bisschen Platz geschafft, äh, für den Flitzebogen. Ah, okay. Okay, hier vorne war der Fuchs gewesen, der war dicht dran gewesen bei mir. Okay. Der Fuchs. Eine Fuchsspur entdeckt. Mhm. Der Zeug auf 15 Meter an der Elchko vor mir. Da ist er und er liegt. Ja, da war ich mal ein Teil. Und, weil ich mein Dank. Oh, na ja. Der war kleiner. Ja, ich so auch. So, wo ist jetzt mein Fuchs? Kommt der jetzt nochmal? Mal nochmal callen. Okay. Den hat doch Dennis weggeschossen, ne? Den Dennis, ich wage es zu glauben. Aber dann... Er hat doch nicht geschossen, ne? Bin aber nicht bei Sonnen in der Nähe. Äh, äh. Komm, gib zu. Wir haben dich schon entdeckt. Gaston, gib zu, dass du den Fuchs jetzt angerufen hast und gesagt hast, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, hinter dir. Der, der sitzt hinterm Stein und lässt sich kaputt. Und wartet, dass er auf den Stein schießt. Ja. Der ist jetzt weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Der hat doch gar nicht reagiert auf meinen Call. Schade eigentlich. Naja. Naja, 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 naja. Weibliche Hirschkuh. Wie schaut's im Stream aus? Ja, Elchkuh, nicht Hirschkuh. Mal kurze Frage an die Zuschauer. Wie schaut's aus im Stream? Läuft alles rund oder leckt's? Oder schaut's blöd aus? Einfach mal kurz Bescheid geben. Wenn's leckt, Eimer und Lappen dann wegwischen. Ja, der ist weg. Der ist nicht mehr da. Der hat sich verzogen. Ach, komm, ist der gemein. Ich sag nur schlauer Fuchs. Ja, nix der schlaue Fuchs. Jetzt hat sie ausgefuchst, meine Freunde. Leckfrei schreibt Carrie Duck. Und jetzt hab ich da schon wieder ein Reh. Das ist die Frage, männlich oder weiblich. Komm. Weiblich, ja, das kann. Das ist weiblich. Ja, das kann. Das habe ich ja gesagt. Ja. Ich hab gesagt, hey, ihr männlichen Tiere schickt eure Frauen raus, weil der Johnny schießt nicht auf sie. Oh, war gar nicht drauf geachtet, was ich hatte, ob es männlich oder weiblich war. Ist doch egal. Ja, bei der Größe schätze ich mal, das war weiblich. Mann, wie ist es denn? Das Gute beim Fuchs ist ja, der kommt ja dann normalerweise, wenn er anspringt, kommt total schnell. Der hat es dann immer verdammt eilig. Ja, ich auch. Das kannst du nicht sehen. Oh, ich... Ich höre was. Was? Kannst hören? Ja, pst. So, Quastin? Ist laut. Ja. Wo ist der jetzt? Ach, das ist das Reh. Oh, Quastin, ihr habt die Mochrüber vergessen. Oh, ich muss nochmal umdrehen. Nee, das ist noch zu weit weg. Es könnte sein, dass es der Fuchs in der Nähe ist. Ja, muss aufpassen bei denen. Ist dann wie hier in Lawless Point, wenn unterwegs bist auf die Kojoten. Wenn die im Bären hohen Gras lang laufen, den du ja sehen tust. Hm. Ah, ich sehe ihn. Oh, eine Bärenspur. Oh, der liegt. Waldmannsheil. Danke. Waldmannsheil, genau. Ich habe deinen Schuss gehört. Echt? Dann geh halt weiter weg. Ich bin weit weg. Wie viele Meter sind wir auseinander? Och, weit. 590 Meter. Ich habe trotzdem den Schuss gehört. Ja, siehst du? Hast wenig Schuss gehört. Weil es gibt Menschen, die hier den Schuss auch nicht. Ich brauche, mich auch nicht weiter zu folgen, weil... Äh, doch. Das kommt... Ist er geflüchtet oder was? So, jetzt schauen wir mal. Ja, 18.334 CSS 62,1. 100% geerntet, würde ich jetzt der Patrick sagen. 8,3 Kilo weiblich. Äh, Hals, Rechte, Lunge, Leber. 20,1 Meter Entfernung. Schade. Der Fuchs hat noch halb geschlafen. So, natürlich landen die Bilder gleich wieder bei mir mit auf Facebook. Damit sie da anschauen kann, die Daten. Also wer Bock hat, findet das bei mir in Facebook auf meiner... Ja, bei, ja, einfach Jamaias und dann kann man das dort sehen. So. Jetzt schauen wir mal. Darüber. Alter, ne, du. So, wenn wir ein Fernblas haben, ob wir irgendetwas sehen können. Ach ne, das ist zu weit weg, das sehen wir eh nichts. Ist aus der Ränder Distanz. Ja, 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 ja. Eine schöne Natur, kann ich nur sagen. Ja. Mehr sehe ich ja nicht. Ja, aber zur Natur zählen auch Tiere. Oder bist du wieder unterwegs und machst schon schöne Tiervideos. Und tust du nur so, wer erzählt wird. Das nur, damit wir nicht kommen und dir die Tiere wegschießen. Nein. Ja, du lachst. Aha. Aha. Also, Leute, morgen gibt's ein neues Musikvideo. Nein, gibt's nicht. Nicht? Ach komm. Aber das waren... Warte mal, jetzt haben wir da wieder eine Spur. Entweder ist es das Re... Das Rehlein-Brilliant oder der Rotfuchs. Mal andere Rotfuchs, mal schauen. Nein, das ist... Oh, ja, Fuchsspur. Also, da ist noch einer in der Nähe. Aber der geht auf die Grenze zu. Ich weiß nicht, ob das recht lohnt, da hinterher zu gehen. Na, klar. Ja, aber meistens ist er... Ich bin immer weit weg von der Grenze, weißt? Bin schon sehr in der Nähe. Ja. Nix los, bei mir ist nix los. Du hast doch schon was. Ja, ich will noch mehr haben. Ja, obwohl es stimmt, bei dir ist es ja so, dass du sehr viele machst. Eigentlich schon. Mhm. Eigentlich schon. Ja, er hat ja in die Moorrübe vergessen, deswegen hat er jetzt noch nix. Ah, ja. Also melden wir mir an der Hose, weißt du noch? Ja, da bist du selber schuld. Puh. Ja. Ja, hallo Ben! Eben... Als Zuschauer... Ah, da unten geht die Spur weit her. Der hat also recht schwenk gemacht, der Fuchs. Ja, uns geht's ganz gut. Mhm. Noch ja. Denn, denn. Noch, noch geht's uns gut. Noch. Nicht mehr lange. Noch müssen wir keine Angst haben, dass uns, dass uns Dog zamschnauzt mit irgendeiner blöden E-Mail. Nö, nö, nö. Noch nicht. Ich hab mir schon öfters überlegt, ob ich den deaktivieren soll, aber irgendwie... Weiß nicht. Einmal einfach in die Freundschaft kündigen. Na, ich weiß aber nicht. Man kann doch so einen armen Mann nicht einfach seinen Arbeitsjob wegnehmen, weißt du? Der kriegt nix für das, was er tut, aber na ja. Hallo, was denn? Hallo, die anderen. Ja, Ben grüßt uns alle. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Weiblich, ne. Bin ich denn jetzt lauter zu hören? Schreibt mal. Ja, Leute, sagt mal Bescheid, ob ihr Quastin hört. Ja, ich sag mal, ob ich wieder so leise bin. Jetzt kommt dann die Meldung und die Quastin, hä, ist ja dabei. Wer ist Quastin? Hä, Leute, hallo. 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 Quastin. Dicki schreibt alles gut. Also, man hört dich wahrscheinlich. Also, red einfach ein bisschen leise, dann hört man dich nicht mehr. Gott. Bissle, ne, der Ben schreibt ein bisschen leise, aber in Ordnung. Ganz, ganz komisch bei uns. Ganz komisch. Ganz komisch. So, ich weiß nicht, ich werde jetzt noch mal den Fuchs dann callen nach der Spür. Der geht ganz genau auf die Grenze zu, verdammt. Also, Sonny, ich bin, äh, 930 Meter hinter dir. Geh bloß weg. Was suchst du so weit so nah hinter mir, hä? Dennis? Hallo, ich hab einmal einen Bogen gemacht, wenn du, wenn du ja quer hier runter gehst. Dennis, äh, das ist unakzeptabel, dass du, äh, versuchst, hinter mir zu sein. Weil man weiß ja nie, was du anstellst. Oh, ein männliches Reh. Du, 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 weibliche Eich kommt. Aber ich geh mal gucken, da vielleicht ist auch männlicher dabei. Ja, hier auf Hamilton haben wir eh oft das Glück, wenn da einer kommt, dass das meistens in der Horte ist. Ja, Conny! Auch, nein. Irgendwas, oh, ein Reh haut ab. Ich hab's nicht gesehen. Aber es war weiblich, war eh weiblich. So, ja, Conny, hallo. Ja, Conny, 22 Zuschauer, das war schon mehr. Gestern war, haben wir fast die 100 geknackt. Bei meinem ersten, äh, Livestream-Teil vom Wochenende, wenn wir eine Wimbled-Bild spiele. Ja. Aber okay, jetzt wird weiter, der marschiert eh in die Grenze rein. Das interessiert mich doch nicht mehr. Also, der Quastin das grad, äh, Niki das grad vom Alex ausrichten. Was? Wie, Quastin ist auch da? Bei denen, bei Dörfs, bei denen hör ich gar nicht. Gruß Alex. Hä? Ja, der Alex sagt, der hört dich nicht. Du hörst denn nichts? Weil, Alex hört nie. Da, hallo Gerhard. Was? Ja, da bin ich fast draufgetreten. Ich hab's auch nicht gesehen. Gar nichts. Weil ich nämlich voll der Spur des Fuchses gefolgt bin. Naja, leider. Ben, aber dass wir jetzt das Zocker-Wochenende haben, sind schon wenig da. Ja, gut, jetzt waren gestern viele da und, ja mein Gott, Leute, das liegt halt daran, dass manche am Samstagabend weggehen und ich seh einen Bären, den seh ich jetzt, hab ich jetzt durch Zufall gesehen. Wo bist du jetzt, hallo? Da war doch der, wo ist jetzt der Bär? Da läuft er. Da läuft er. Leute. Dann bring ihn zur Strecke. Ja, bin grad dabei. Und der liegt. Ach, ich nie. Der liegt. Quasi, hast du den Schuss auch gehört? Ja. Boah, du kannst wirklich sagen, boah, ich hab den Schuss gehört. Hey, ich hab, Quasi, ich hab deinen Schuss gehört. Geh weg von mir. Ich bin weit weg. Ja. Mit was hast du geschossen? Ich hab was getroffen, oder? Ja. Hahaha. Ja, Quasi hat was getroffen, der Hammer. Quasi? Ja, ja. Normal triffst du bloß immer irgendwelche Bilder. Oh, 106. So, jetzt, wo liegst du? Das war doch hier irgendwo. Da vorne liegt er. So geht das. Na ja, ich glaub, allzu groß ist der nicht. Also mein Rekord hat er noch nicht. Oder? Na ja, mal schauen. So, da gucken wir mal. 19, nee, 19,8,4,2. CSR, 37,2, aus 87,1 Meter, Körperschulderblatt, linke Lunge, rechte Lunge. Alter, den hab ich alles zu fetz. 234,8 Kilo. Boah, wenn der auf einen zu rennt, dann ist auch alles zu spät. So. Jo, dann, mal weiter hier. Aber den hab ich jetzt auch bloß durch Zufall am Bildschirmrand gesehen. Na ja. Genau, mein größter war 27,047. Ja, genau. Und zwar ein bisschen größer wie der größte vom Quast, äh, vom, 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 vom Bratze. Ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob der Bratze das mit wahrscheinlich größeren hatte. Äh, so. Also, ich habe gerade einen Elch gehabt und jetzt bin ich ganz mal hinterher, den zu suchen wieder. Hast du ihn geschossen, oder? Hm, ich schossen, den Troffen habe ich auch, bloß einen Körper, aber mal kicken. Okay. Oh, wer, 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 wer hat denn da? Zeigen die Lautsprecher an. Das war bestimmt ein Elch gewesen. Ah, okay. Ah, jetzt fährt natürlich noch ein Elchrecht und dann ein Reh und dann hab ich alle Sorten. Das wär auch mal cool. Von jedem etwas. Das ist von... Hm. Das Gute ist ja, hier nimmst du zwei Waffen mit, da hast du für alle Tiere, die Arten, die Waffen. Ähm, und bei... in den anderen Gebieten, da musst du immer schauen, dass du Platz hast, damit für jede Waffe, äh, für jedes Tier, die bestimmte Waffe dabei hast. Hm. Weil eins bei dir, so gut die Schrotflinten sind, ein Problem hast du dennoch. Wenn du zu schnell bist und nicht nachdenkst, dann schießt du mit dem verkehrten Munitionsart und dann ist es eh zu spät. Dann hast du eine Disqualifikation im Arsch. Nicht so scheiße. Was mir letztens passiert, ich hab nicht auch, äh, auf den Hirsch geschossen. Und dann hab ich zu schnell die, die 223 rauszogen. Weil ich es einfach gewohnt war und auf einmal, weil ich nur Füchse gejagt hab. Und auf einmal hast du dann den, ähm, Hirsch, schießt er mit und dann, oh toll. Der hat echt schön ausgeschaut. Ja. Ja, Ben, leider ist das so, die haben sich entschieden für die Enten. Naja, kann man nix machen. Okay, ich hab jetzt meinen Hirsch, äh, meine Elch. Da ist es ja, liegt nur noch Schleppen vor sich, äh, vor sich hin. Also der ist sowieso leer weg. Ja, okay, das. Mal ein Schuss, dann liegt er. Erstmal von hinten schön in der Rippen rin und da ist noch ein paar Meter gelaufen, dann ist er jetzt umgefallen. Oh, guck mal. Dennis hat ein Reh. Ja, war ein Rehbock. Äh, wie schaut der aus, Patrick, groß, klein? Patrick, wie schaut der aus, der, 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 groß, klein? Ähm, klein, also, das denkt man eh nach, naja, vielleicht, wenn er 100 Punkte hat, eben auf dem Ausgangskauf von 100 hat, also. Der Devise sah nicht so riesig aus. Lunge, Herzschuss. Ja, äh, die, äh, Uwe schreibt, ja, hätte auch auf was Größeres gehofft, Pissung oder Büffel. Ja, das ist halt immer schwierig, doch. Aber ich denke mal, dass die dann eh wieder noch ein, also die bringen jetzt die Map mit den Enten und drei, vier Monate später kommt eh wieder ein neues Tier. Also ich denke schon, dass da noch etwas kommt, aber was, wir sagen die einem jetzt natürlich noch nicht, ist ja klar. Da ist auch wieder eine Fuchsspur. Mal schauen. Ui. So, jetzt hab ich ihn gehabt. Er hat mir zwei Schüsse. E-Maus 54 Meter und E-Maus 35 Meter und ein Score davon 88. Boah, okay, cool. Naja, die erntet hab ich 0%. Okay, aber das Reh, der Dennis hat gerade ein Rehschuss mit 71, Score und CSS 19,4. Na, den hättest du aber noch laufen lassen können. Ja, aber mei. Gönn halt ein Dennis auch mal ein bisschen was zwischen die Krippen. Hat eine Verwundungszeit von 7,9 Sekunden gebraucht. Also gehabt. Oh, ja. Aber dafür 100%. Havis 86,8. Okay. Mhm. Also hast du fast 100% Ernte. Ja. Ich hab mich im Laufen erwischt. Ja, vielleicht hast du irgendwas für eine Trophäe oder so. Wenn sie mal so dafür nutzen, immer irgendwie beschädigt oder so. Am Beispiel beim Dutan ist es ja ganz schlimm, wenn du den von vorne schiehst und dann auf seinen Hals, also der hat ja so ein, oh, da unten, was haben wir da? A colden Reh. Bist du ein Bock? Ne, du bist weiblich. Schon mal bei dir? Ja, ich, da hat ein Ding gecalled. Eich. Weiblich. So, dann kannst du mal kurz die Teamwertungen anmachen, damit man mal sieht, wie viel jedes Teammitglied hat. Später, wir sind ja erst am Anfang, da brauchen wir jetzt, wir wollen ja nicht schauen, wie viel hat es, aber wir haben es jetzt zusammen erreicht. Das ist unser Ziel. Aber ich mache das später mal an, aber jetzt ist noch nicht so was richtig großes gefallen, dass man sagen kann, das muss jetzt unbedingt gezeigt werden. Aber wenn ihr wollt, dann blende ich es halt einfach mal ein hier mit F3, da könnt ihr es sehen. So, Quastin hat 34, äh, Punkt 0,1. Ich habe 99, also ich führe mit 99,3,5, denn es hat 45,03 und Milchbart hat 60,4,5. So. Gut, dann schauen wir mal, was wir sonst noch so sehen hier. Mal wieder ein bisschen durchs Fernglas springen. Und, was siehst du so schön hat? Nix. Nix, nix, aber ich rufe jetzt halt, ich rufe jetzt mal nach Elchen, vielleicht haben wir da was. Weil jetzt bei der Dame ja, die was von gecoilt hat, auch ein Männchen dabei. Ist ja meistens so, hier, äh, hält sich nur das Weibchen. Na, laufen wir mal ein bisschen in die Seite, äh, in die Richtung. Guten Tag, da war ein Reh. Du meinst auch, alle zwei Sekunden ist, taucht gleich das nächste Tier auf, oder? Ne, ich habe auch nicht mal die Karotte mitgenommen. Achso, du hast die Karotte. Ah, komm mal, Nol. Na, gibst du mal wieder ein Askamon, komm. Deswegen schießt Askamon nix mehr. Oh, mein Red Fox Trekking Level ist auf vier gestiegen, ja, das ist doch auch mal cool. Ich verfolge schon 20 Minuten schwer eine Bärenspur, aber, ne, ist nix, gar nix. Aber Bären ist halt schon schwer. Läuft dann in die richtige Richtung? Ja, eigentlich schon, ne? Jetzt fängt es auch an zu schneien. Ja, bei mir auch. Bei mir liegt das schon. Ich folge jetzt wieder eine Fuchsspur mit der Hoffnung. So, männlicher Elch gerufen, männliches Reh gerufen, mal sehen, was zuerst kommt. Ha, du hast doch ein Glück, oder? Ja, treibt sich alles bei dir rum, verdammt nochmal. Ich weiß denn, wo bist du? Ich weiß denn, Herr Au... Ha, ha, der Dennis. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich, ich bin dran, ich bin dran. Oh, mal, warte, ich komm mir helfen. Toll, ihr habt einen Schuss gehört. Gehast denn. Man, erschreckt mich halt, oder? Mach doch die Ohren zu. Ja, natürlich. Dann hält doch nicht, was du schiesch. Mann, 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 Mann. Oh, 168er. Nee, was Dennis da hat. Ja, der ist ja gut. Aber meiner Kommi kommt das noch. Oh, da steht die Dame, die Echt Dame. Die will ich nicht. Läuft hier noch irgendwo? Elf Männchen. Sehe ich aber nicht. Dame, hau ab. Die darf mir jetzt ja nicht in den Weg reinlaufen. Ich hoffe, der Elch kommt jetzt noch. Das wäre das Ding. Ja, wirst du sehen, ne? Nee, dass es abgehauen ist. Hm. So, das Weibchen lassen wir mal stehen da. Mal gucken, ob da nachher irgendwo das Männliche rumflitzt. Oder ein Männliches. Ja, weil ich bin jetzt so viel leergefegt. Ja, und ich mache irgendwie heute einen Grenzgang. Ich laufe jetzt voll der Grenze entlang. Mhm. Ja, du bist so ein Grenzgänger. Wenn kein Grenzgänger. Gib dir gleich Grenzgänger. Du bist ein Blindgänger. Wo denn? Ich schieße doch hier laufen und treffe. Ich werde jetzt einfach die Spuren mal aufnehmen. Alle, weil das so viele sind. Das ist eine Spur. Ja, 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 dann nehmen wir wenigstens die Dreckigen mit. Aber nicht so viel. Denk dran, du hast so große Spuren mitzunehmen. Ja, 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 ja. Du musst erst die Taschen hochleißen. Ich habe alle Taschen. Ich habe alle Taschen. Ich habe alle. Ich habe sie vorher zugelegt. Angeber. Oh, Braunbär. Okay. Wo bist du hin? Mal schauen, ob wir die Spur sehen. Es ist halt das Problem mit den Bären, dass du da nicht irgendwie die callen kannst. Da ist sie. Da geht sie weiter. Du musst mal ein Stück Fleisch anpacken. Ja, aber dann lockst du es ja. Du willst ja callen, weißt du, dass du sie callen kannst und die dann eventuell Geräusche von sich geben. Schleif dich doch im Finger und leg eine Blutspur, dann kommt da vielleicht. Meinst? Ja. Ich habe kein Messer. Wie viel Scheiße schmeißt du... Ja, geh weg. Oh, da ist ein Braunbär. Ja, Milchbad hat ein Braunbär. Toll. Ah, Mann. Jetzt mal schauen, wo ich finde, ich noch eine Spur von dem. Da vorne. Cool. Mal schauen, dass das mal ein bisschen was anderes ist wie Kacka. Der muss auch häufig in der Nähe sein. Das ist ein geschlossener Kreis, was ich habe. Ja, und da haben wir jetzt die Spuren. Dann schauen wir mal. So, ziehend. Okay, dann geht es mal los. Ah, ich sehe ihn schon. Der ist gar nicht zu weit weg. Aber jetzt versteckt der scheiß Baum die Sicht. Das ist hinter dem Felsen versteckt. Hatte sie jetzt versteckt, verdammt. Oder? Nein, da oben rennt er da oben öfter. Mal schauen. Da hinterm Baum. Ich hoffe, ich treffe ihn gut. Liegt. Sehr schön. Wer ging daneben? Was, bei dir? Ja, mach so was. Warum schießt du denn eigentlich? Der Rotfuchs kam richtig schön breit. Und dann hat er ich mal gemacht. Entweder war es ein Bug, der ich ihn durchgeschossen habe. Oder ich habe ihn rübergeschossen. Du hast rübergeschossen. Weil Bugs gibt es hier nicht bei dem Spiel. Die sind ja alle draußen. Das sind nur nicht fähige Schützen. So wie bei mir, die Stein-Arien, die ich ja schon sehr oft hatte. Das war nicht die Tiere schuld, war nicht das Spiel schuld, sondern der Spieler. Ja. Also der, wie sagst du immer, der Vormonitor ist schuld. Integrierte Spieleffekte. Aha. Genau. Ja. Also bei mir nennt man sowas immer, ähm, immer, ähm, Special-Effekte, die ich reinbringe. So was schreibt Ben? Sehr schön schon. Die 300er ist, äh, ja gut mit dir. Weil man Teil auch von Conny. Ja, danke, danke. Ja, stimmt, also, ähm, die 300er ist cool. Bis jetzt hatte ich nur immer die 1, äh, 9.3. Das wisst ihr ja alle von meinen Let's Plays her. Aber seit ein paar Tagen habe ich mich irgendwie in die 9 Waffe verliebt. Oh, der schaut groß aus. Jo, der schaut groß aus. Jo, schaut, 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 oh, schaut der groß aus. Ja, ah, oh, da, wow, der schaut ja wirklich groß aus. Jetzt bin ich gespannt, ob der groß ist. Nein! 21er Score, 21, 4, 1, 7. CSS, 52,5 Körper, linke Lunge, verbal side form. 73,8 Meter und 263 Kilo ist ab. Aber für ein Weibchen ist das echt groß, das ist ein Weibchen. 21er Score, doch, ist schon groß. Das ist gut für ein Weibchen. Ja. Echt? Auf Facebook kennt ihr dann das... Wir haben das Fell mitgewogen. Ach so. Okay, Entschuldigung. Ich habe noch Wasser geworfen. Entschuldigung, dass ich mich gefreut habe, Quastin. Ja. Lieber hätte mich nicht mehr freuen, okay? Immer halt schlecht drehen. Ja. Er sagt, er auch bloß, weil der halt noch nichts Gescheites gejagt hat, weißt? Der hat ja bloß irgendeine Weibchen mit ein bisschen was dauernd Gewicht und... Davon kannst du auch nicht leben. Ich bin gerade übernommen, ob überhaupt Tiere auf der Map sind, ey. Wer ist halt nicht, oder wer von euch ist, äh, was, was, was essen und so weiter betrifft, experimentierfreudig. Also, ich will mal fragen, wer von euch hat vielleicht schon mal Elkfleisch gegessen oder Beerenfleisch? Ja, 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 euch, euch. Also, Schweine habe ich schon mal gegessen, ich habe schön vom Grill und so frisch. Na, okay? Schön Uffi spießt und so, beim Richtfest und so, war schon cool gegessen. Ja, Schweine auch, aber sonst ne Elk und Beeren oder so überhaupt, ne. Ja, also Wildschwein habe ich schon gegessen, das Ding, Hirsch habe ich auch schon, Reh auch schon, aber halt jetzt noch kein Bär und noch kein, 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 äh... Wild habe ich auch schon gegessen, aber ob das jetzt ein Hirsch war oder Reh, keine Ahnung. Hauptsache die Form der Bratwurst und schon ist das Quastik glücklich. Scheißegal, was drin ist. Was denn, dann Wild war Hackfleisch, ne? Ja. Was nicht erkannt, ne? Nein. Alles, war alles so klein gemixt. Keine Ahnung. Ja, schau, der, äh, äh, Retroboy schreibt, ich habe mal Schnecken gegessen. Hab die auch schon, schmeckt lecker. Hätte ich nicht gedacht, aber das sind wirklich Schnecken, ja, Schnecken. Käse-Schinken-Schnecke. Nein, nein, richtige Weinbergschnecken, die sind schon lecker, also, doch, hat was. Freutzei mal schleimen die auch. Na, was, ja, natürlich, ne, die schleimen dann nicht mehr. Natürlich die Käse-Schinken-Schnecken. Wer sowas isst, auch Mäuse. Mehl saugt denen das ganze, äh, schleimige Zeug raus. Mhm. Bäh. Schon dran denken und dann noch essen. Oh, ich mach demnächst, hey, ich mach demnächst mal so ein Video. Im Frühling, wenn wieder die Schnecken unterwegs sind, dann sammle ich welche. Und dann zeig ich euch, wie man Schnecken macht. Dann würd ich aber gleich die Nacktschnecken nehmen, dann brauchst du nicht erst aus dem Gehäuse poolen. Nein, weil wenn die Nacktschnecken, ähm, salzen tust, dann gehen sie ein. Ja, und dann mein Kängurufleisch hab ich schon gegessen. Haifisch-Fleisch hab ich schon gegessen. Ach so, jetzt, alles klar. Und jetzt. Warte, was ich auch mit meinen Nacktschnecken dieses Jahr im Garten mich wieder sammle, dann kann ich sie ja nach so vieles runter schicken. Ja, genau. Und ich seh'n Fuchs. Kriegt der wieder vernünftig zum Essen? Jo. Ah, schau, er hat noch getroffen. Getroffen hab ihn. Und der liegt. So, jetzt muss ich bloß beobachten, wo der hinfällt. Darunter irgendwo, der rutscht nämlich einen Berg runter. Ach du Scheiße. Das wird jetzt was werden. Da renn ich aber jetzt, weil jetzt haben eh alle Tiere den Schuss gehört. Bist du sicher? Ja. So, ich hab jetzt auch wieder ein Höschschschossen in der Zeit. Okay. Oh, ich bin ja noch auf der Nachsuche. Carlos schreibt gerade die rote Nacktschnecken am Spieß. Hört sich sehr interessant an. Mjam, 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 mjam. Ach, da unten, da wird doch mal schon angezeigt. Ich glaub, da unten liegt er. Das wär dann natürlich schön. So, dann wird er langsamer gehen. Ja, da unten liegt er. Schön. Bitte einen schönen Fuchs. So, was haben wir da? 10,5 Kilo. 23er Score. 23,04,3. CSS 82,5. Äh, geerntet hab ich 94,2. Genau. Aus, äh, 93,8 Meter in den Körper. Der ist doch groß, oder? Schieb mal ruhig die Kleinen. Ist der klein? Der ist klein. Der ist klein. Okay. Oh, daneben hab ich gleich eine Bärenspur, seh grad. Der werden natürlich auch folgen. Ja, und wieder bei Facebook könnt ihr euch die Daten von dem Fuchs wieder anschauen. So, dann schauen wir mal. Der Bär zieht. Da, der geht auf die Grenze zu. Mal gucken, ob wir haben wir Glück. Die wandern bei dir alle aus, gehen alle über die Grenze. Ja, ja, hey, ist doch klar, oder? Da wüscht man's ja wenigstens. Ja, guck mal, der kommt schon wieder, der Sonntagsjäger. Ja, heute ist, nee, heute ist Samstag. Also, dann wissen wir, woher wollen die wissen, dass ihr Sonntagsjäger seid? Nein, eben der Samstagsjäger. Ach, das hört sich doch blöd an. Also, ehrlich, Samstagsjäger, das ist... Ja, wieso, was hört sich da blöd an? Ja, Samstagsjäger. Dann gefällt dir das Wort. Ist doch ne Tatsache, oder? Samstagsjäger, 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 das hört sich immer noch blöd an. Sonntagsjäger hört sich cool an. Oh, Bärenspur. Oh, ich seh jetzt, ich bin echt, da rennt ja immer noch. Jetzt hol ich mir einen dicken Brummbeer. Oh, und Level 5 bei Bärenspur. Na, das nehm ich doch heute mal richtig cool. Jetzt hol ich mir einen Brummbeer. Jetzt hol ich mal vorsichtig da runter schauen, ob man den noch irgendwo sehen, weil der... der Kreis ist relativ eng, das heißt, der müsste noch irgendwo in der Nähe sein. Muss ein bisschen weiten. Ah, da hat er gepennt. Da war er ruhend. So, und dann ist die Frage, wo ist er weiter dann hin? Ah, da unten geht's weiter. Wir haben einen Call von einem Rotfuchs. Jetzt ist er flüchtend. Ach, du Scheiße. Na ja, dann lass mal. Dann haut doch ab, haut doch ab. Ich glaube, ich komme morgen wieder. Tschüss. Wir haben mit dem Bären geredet, ne, mit dir, Dennis. Ob ich morgen mehr Glück habe, Patrick? Hm, als Sonntagsjäger dann vielleicht ja. Na, eventuell, ja. Oh, ihr zeigt einen besseren. Ich maus 35 Meter, dann 64 Meter und jetzt ein Score von 107. Okay. Score 22. Okay. Na ja. Oh, wir haben 0% geerntet. Oh, ein Reh. Und? Männlich. Jawoll. Dann callen wir dich doch mal. Halt. Aber hallo. Mal gucken, ob ich heute noch einen Bären schieße. Ja, bestimmt. Wie gesagt, also Bären waren bis bei mir entweder jetzt an meinen Fässern, wenn ich die gefüllt hatte. Oder halt auch Reinaufsichtung, weil andere Chancen... Weil Spuren hinterher gehen irgendwie ganz selten, dass man die dann auch findet. Weiß nicht warum. Aber meistens du zu langsam bist dafür eigentlich. Ja, genau. Und wenn du laufen tust aufrecht, dann bist du wieder zu laut dafür. Was? Es leckt gerade. Leckt es bei jedem oder nur bei Retro Boy? Sag mir mal bitte Bescheid. Sobald sich irgendwas tut, sagt mir das. Bei mir geht es nicht. Nicht, dass es... Oh ja, ich sehe es gerade. Es leckt ja voll. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Warum leckt das? Bei mir... Bei dir nicht? Okay, bei mir schon. Aber wir sind ja zweimal drin. Meine Frau einmal und ich mit dem Laptop. Kleiner Aussetzer, okay. So, das war eine gute Stelle, wo ich mich erstmal hinstellen kann und schauen kann, wo das Reh kommt. Dann callen wir mal nochmal. Sorry, aber ihr habt noch ja auch nicht gehabt hier. Reh hab ich auch noch nicht. Ja, Weibchen habe ich ein paar gehabt, äh, gesehen und so, aber jetzt hat ein männliches gecallt und es holt man sich natürlich. Ah, ich sehe es ja alles gut, da kommt es so, ja, doch. Schöne Starren dran. Ja, ich glaube schon. Ah ja, könnte in Größe sein. Hm. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie, schau, wo der jetzt durchbricht. Da läuft, da. So. Und liegt. Ja. Und liegt und liegt. Das ist cool. Okay, bei Frank läuft es komplett flüssig. Ja, dann liegt es vielleicht am Internet. Es schaut sogar echt flüssig aus, also ohne viel Pixel und so. Das ist cool. Normal haben wir nur Pixel um die Zeiten. So, jetzt mal gucken. Naja, so groß. Naja, komm. Naja, ich glaube, das sage ich mal nicht, was das für ein CSS hat. Obwohl, 113er. Doch, geht. CSS, 36,8. Äh, 24,9 Kilo. Du bist jetzt nicht, ne? Ja. So. Gut. Gut, ich bin immer nur so abgeschlagen. Wie abgeschlagen? Geh doch mal auf F3, dann weißt du es. Nur noch letzter. Bin ich letzter. Ja, schauen wir mal. Jetzt im Zwischenstand mal gucken. Oh. Ich hab 271. Ich führ haus hoch. Nach mir kommt Milchbart mit 104. Dann kommt Quastin mit 93,8. Und dann seht Killer. Also Dennis mit 45. Dennis, was ist mit dir los? Ja gut, ich hab schon 5 Abschlüsse. Wow. Aber insgesamt sind wir schon bei 514. Das ist doch cool, ne? Wieder mal eine schöne Zahl. Das soll ich gerade sagen. Du hast eine Stunde hier. Ja, das ist cool. Du hast eine Stunde. Oh, ich brauch Geruchsreduzierer wieder machen. Seh ich gerade. Aber ich hab gerade einen vollkommen Männlichen Regen bekommen. Okay. Jetzt werd ich mir holen. Mal gucken, was er mir sagt. Und da liegt der Elch. Du hast einen Elch. Bin ja gespannt, wie groß der ist. 153, schön. Ja, doch. Was ist denn überhaupt der größte Elch? Weiß das jemand? Wenn du mal 5 Minuten nimmst du gleich nachgucken, schnell im Internet. Was wird denn diese Saison der höchste ist momentan? Ja. Das ist auch mal interessant, das zu wissen. Also, ich guck mal kurz nach. Ja. Also, der beste ist momentan mit 238. Okay. Ja, dann hast du ja ein Mittelding. Das ist ja ein Mittelding. Das ist doch cool. Da kann man schon sagen, dass der... Wie groß war der jetzt? 153 doch, wenn ich der ruhe. Dann passt das schon. Also, dann ist der Netz so klein. Also, 238 und... 238,062. Okay. Oh, oh, der ist ja bloß 10 Meter weg. Oh, der ist ja bloß 10 Meter weg. Halbiger Schrock. Ey, du musst aufpassen, dann kann ich ein bisschen anberühren. Mal schauen, ob sie was tut. So, dann kommen wir mal schnell nach dem Elchen. Also, ich guck mal schnell. Also, es ist gar nicht mal so schlecht, einfach mal die Grenze entlang zu laufen. Weil dort schießt man eigentlich auch recht viel, wenn man jetzt schaut. Oh, Bärenspur. Braunbär zieht. Ja, dann folgt mir doch mal. Oh, ist das nicht am Back gefunden? Nein. Ich habe ihn geschossen, zweimal getroffen. Er hängt am Baum und läuft und läuft. Jetzt läuft er auf einmal weg. Äh? Auf der einen Back ist, weiß ich nicht. Weißt du, ist gerade ausgelaufen. Hängt am Baum, läuft und läuft. Ich gehe hin, dreht er um. Jetzt läuft er in die gegengesetzte Richtung. Da muss ich erstmal hinterher. Mal gucken, ob er irgendwo liegen bleibt. Ja, Blut hat er, oder? Äh. Oh, was haben wir da? Was steht denn da? Was steht denn da? Was steht denn da? Ja, Blut ist da. Ach, ein weibliches Reh. Gut, wenn er da ist, dann hat das Eisen auch noch. Ach, hat er mal getroffen. Drops in der Kappe. Kann sein, dass er am Baum hängen, da den zweiten Schuss nicht gezählt hat. Ne, Vakuum? Na ja, vielleicht hast du ja auch nur ein Ohrläppchen mehr getroffen. Ne, 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 ne. Oder unten am Bauch lang geschliffen. Oder linken Zehennagel. Ja, aber ich bin in die Seite. Flüchtend, ja. Aber sah groß aus, müsste männlicher sein. Okay, der Bär ist relativ weit weg. Da habe ich bei der Kaka nur eine gestrichelte Linie. Den lasse ich mal. Mal gehen weiter an der Grenze entlang. Mal, bis ich den einen hole. Erst am Körper, jetzt steht der Eingeweide. Ja, warte, du. Ja, ich kann sich noch nicht entscheiden. Ja. Vielleicht hast du einen Zwimmer getroffen. Oder der Bär. Der Bärchen. Ich wollte gleich die Strophäne auspacken sollen. Das wäre besser gewesen. Scheiße, die waren nicht für ein Tier gewesen. Oh, die Echko war nicht gewesen. Die Echko will ich neben mir. Also, Hemelda ist, glaube ich, nicht mein Lieblingsrevier. Okay. Weiß eigentlich auch nicht. Ist immer so wenig los, finde ich. Du sagst das. Also, ich... Gleichgewöse Redfeder voll sind. Wo ist er denn jetzt? Irgendwas ist jetzt abgesprungen. Verdammt. Naja, wat? Ach, da hinten liegt er ja. Mal hinlaufen. Na, das hast du noch erwischt. Cool. Der war doch kein Bug gewesen. Ja, was schon. Da hängt ja einer am Baum fest. Das ist echt komisch. Ja, vielleicht ist er mit seinen Geweine durchkommen inzwischen zwei Bäumen. Das war ein kleiner Baum. Dann kam er mal einen Meter hoch. Naja. Dennis, hast du wieder ein deines Reh geschossen? Ja, komm, aber auch von hinten. Von hinten? Ja, unerwartet. Von hinten. Dann hätt ich auch geschossen, wenn bei mir jemand von hinten kommt. Das ist es. Na, du hast kein Headshot. Habe ich Dauerfeuer. Ja, Feuerzeug und Furz. Du warst. Da hole ich die Gatling raus. Ich wollte nur schön Bohnen fressen. Oder mein Chili. Kann ich nicht beurteilen, wie scharf der war. Ja, scharf weniger, aber vom Geschmack her geil. Also richtige Schärfe brauchst du schon. Ist klar, aber nicht zu scharf. Weil schon schmeckst du ja das ganze Chili nicht, ne? Soll ja auch nach Fleisch schmecken und so. Wie, Fleisch? Ja, natürlich. Achso, du nimmst nur die Chili-Bohne. Bastio. Haben wir's weg. Oh, der Flickbar, 22er. Cool. Schöner. Ist doch Gemüse, oder? Gemüse, was? Fleisch. Ja, Fleisch ist Gemüse, genau. Chili, Chili ist ja was. Gewürz ist das, ja. Gewürz. Ja. Aber, den anderen hat's alle geschmeckt. Das war cool. Auch der Niki hat's geschmeckt. Also der Topf war danach leer. Nein, war nicht leer. Stimmt, der Niki hat dann noch eine Schüssel leer auf Seite für einen Tag später. Überlebt haben sie es ja auch. Ich denk schon. Warte, wir können ja mal fragen. Niki, lebst du noch? Oh, da ist wieder ne Bärenspur. Siehend. Ah, der geht auch wieder auf Grenze zu. Mann, warum müsst ihr alle Richtung Grenze gehen? Hier spielt doch das Reh. Ja, warum läufst du denn auch an eine Grenze? Ja, weil ich dann laufen will. Ist ein Grenzer. Jo. Ja, Retro Boy. Was ab und zu super ist, wenn ja, weil du jetzt sagst, ja, genau neben dir, bla bla bla. Es ist zwar schön, dass ihr so gut aufpasst, aber als Letztplayer tust du dich doch schwer, immer auf den Chat zu schauen, dann schauen, läuft alles flüssig und so weiter. Dann übersiehst du ab und zu mal was. Und das ist halt einfach so, mein Gott. John? Ja? Dreh dich mal um, da steht einer. Ja, ja, echt. Wo? Ich sehe niemanden. Du? Hey, ich dachte, Quastin ist schon wieder hinter dir. Nee, he, 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 hallo. Äh, der ist halt bloß wegbleiben. Der ist nur noch einen Kilometer entfernt, aber schon dicht dran. Quastin? Da, da dran, ja. Quastin? Ja? Was machst du bei mir? Ich bin so weit weg. Oh, Uwe, dir sagt dann alles gut, wir lästern gerade über dich. Ja, super! Hey, meine Hater sind auch erwach. Die lästern. Ja, geil. Uwe, warte mal, wenn ich dich zwischen die Finger krieg. Wann wärst du ohne Hater? Ja, nix. Gar nix. Halber Mann. Ja, ich bin so ein, so ein ganzer Mann. Scheißegal, was kommt. So, wo ist jetzt die... Der Bär. Ich will den Bär. Ich will den Bär. Ich muss das anders sagen. Ich krieg den Bär. Ich krieg den Bär. Oh, scheiße, der Bär kriegt nicht. Hm, da musst du aufpassen bei den Bären. Also, ich hab ja auch schon Begegnungen gehabt mit den Bären. Der hat mich erst mal angeberührt und dann ist er abgehauen die so. Nein, der war ein Bär. Oh. Ne, das hat... Doch, das hatte ich schon beim Schwarzbären hatte ich da schon. Ähm, erst... Hm. Bär, wenn du das erste Mal so etwas hast, da guckst du erst mal nach, was ist denn überhaupt, wenn er so berührend tut? Ich hab auch schon mal einen Koyoten gehabt, der mir halt angekläfft hat wie ein Hund. Ne, das hatte ich noch nicht. So, ich hab jetzt einen Stein auf 110 Meter. Was meinst du schon? Kann ich den schießen, oder? Ne, ich schau, dass du ein bisschen näher rankommst. Schau, aber pass auf, die sind schreckhaft. Ah, ich seh jetzt schon wieder hier. Ich weiß nicht, sind schon, ob die Tiere einprogrammiert bei der Map, oder? Was einprogrammiert? Ne, Tiere. Ja, 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 ja. Ich mein, ich spiel ja alleine halt da und hab gerade mal erst mal zwei Elche und eine Elchku gesehen. Zum Starten hab ich ja zwei Füchse gehabt, aber irgendwie... Ja, genau, also... Ja, also Redekonboy fragt, bis wieviel Uhr geht es heute? Ja, wir haben Open End, also das heißt, wenn ich keinen Bock mehr hab, hör mal auf. Und wenn halt die Aufrufezahlen nicht mehr stimmen. Oh. Und, hast du auch Bock, oder? Ja, da liegt der weibliches Redekonboy, der schläft. Nein, der ist aufgestanden. Und der ist bestimmt gleich weg. Na, schieße ich ab noch, bevor er kann. Na, ist doch weiblich. Ist doch egal. Flitzebogen raus, knacken, knacken. Ihr habt keinen Flitzebogen dabei. Der muss ja mal machen, John. Ja, den vergiss jedes Mal. Ja, jetzt haut's ab. Du hast ja nicht umsonst so eine große Tasche bei, oder? Ja, schon, hast ja nicht recht. Ich hab jetzt auch zwei Langwaffen bei. Eben Flitzebogen, eh eine Armbrust. Also, mehr Kicken hier drin. Redekonboy, sorry, aber was verstehst du jetzt nicht unter Open End? Weil er fragt nämlich jetzt, äh, spätestens, Fragezeichen, äh, jetzt. Ja, in 23 Uhr, oder was? Zwischen spätestens und zwischen jetzt. Also, da eigentlich. Also, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich sag, so bis 23 Uhr kurz schon gehen, ne? Ja, also, bis 23 Uhr jetzt auf alle Fälle noch. Und dann einfach mal schauen. Ich bin natürlich jetzt, äh, Ja, ich denk schon, 23 Uhr ist dann vorbei, weil, ich bin Zeit heute um 10 Uhr auf Stream. Und irgendwann tut mir auch der Kopf weh. Ich möchte einfach mal ein bisschen raus und Pause, und morgen geht's ja weiter. Und dann kannst du auch, morgen machst du um 10, ne? Auch wieder um 10, ja. Dann bitte nur, oh, erst mal wer dabei. Beziehungsweise online im Chat und so. Ja. Denn nachmittags wolltest du nochmal LS13 machen, ne? Ja, aber ich setz morgen früh den Surfer neu auf, also, das Problem wird sein. Wir müssen uns dann irgendwas überlegen. Und zwar machen wir dann, äh, du kannst doch wieder den einen Hänger kurz einfügen, dass wir Kohle haben. Weißt du, was ich meine? Ja, hast du noch den Hänger. Den Hänger hast du. Achso, okay. Am besten machst du das nachher gleich. Ne, heute mach ich doch nichts mehr. Lass uns das morgen Vormittag machen. Dass ich morgen früh um 8 Uhr, sag mal, ran gehen kann und alt vorbereiten kann. Achso, du bist im Ar... Ja, dann mach ich nachher den Hänger. Und dann müssen wir irgendwie was machen. Du hast ja Atemrechte, gell? Du kannst aber keine Dinge entfügen. Also, ich bräuchte nur in der Fekte einen Haufen Kohle, dass ich die Fahrzeuge kaufen kann, dass ich dann alt bestellen kann. Dann müssen wir gucken, wie wir das reinkriegen, damit wir da mehr Kohle drin haben. Obwohl, ich kann ja den Spielstand abspeichern. Stimmt. Wenn's möglich ist, dann mach das mal. Ja, da muss ich nachher mal schauen. Und dann wirklich mal überlegen, ob man... Weil jeder... Also, der Monat kostet mir ja, ich glaub, 16 Euro jetzt für den Surfer. Mhm. Und überlegen, ob ich die 30 oder 40 Euro ausgib, was die das Programm kostet für den Dedicated Surfer und das dann über den Hut laufen lassen. Weil erstens mal, da hast du ja Vollzugriff auf alles. Und zweitens, den sind die Kosten eigentlich in zwei Monaten rennen. Und dann würde ich den Dedicated Surfer nehmen. Also, die Software kaufen. Genau. Ja, genau. Und das ist halt... Ja, da... Wäre, glaub ich, sinnvoller. Ja. Ja. Oh, Reh. Weiblich. Geh doch. So, der Ding ist auch weg. Der Bär. Ja, ja, ja. Da steckt der Bär. Der Frank, hat der John schon wieder ein Reh geweckt. Mensch, John. Ja, schnauzt mich noch zusammen. Oh, Guastin hat ein Reh geschossen. Da wächst eh noch was. Ich spiele gerade hier den Spaziergängersimulator. Ich auch. Erkunde die Landschaft in Hämmerdauern. Und? Dein Großes. Oh, 129. Schön, ja. 43,7 das Core. Ah, der CSS. Das ist schön. Da ist wirklich ein bisschen Fleisch dran. Ja. So geht das. Also, das ist wirklich eine schöne Map hier, aber es ist auch das Einzige. Ja. Die Tiere sind wirklich Mangelware. Na, Tiere gibt es genug. Also, ich kann es nicht weckern. Ich habe fünf Abschlüsse schon. Aber das ist so unübersichtlich, das Ganze. Mit dem Hügel und so weiter. Und die Tiere sind meistens schon weg, wenn du auf dem Hügel oben ankommst. Und die stehen auf der anderen Seite, hauen sie schon ab. Hm. Also, hier wird nicht schlecht, wenn du noch eine Tierart mehr drin hättest. Ja. Oh. Hier in diese Landschaft würden sich bestimmt die Wirtschweine auch sich noch nicht tun, eigentlich. Ja, glaube ich weniger, weil das ja die Dinger ist. Ah, das ist ein weibliches Reh. Ich meine, man wird schon vernebst ja überall eigentlich in Europa und in Amerika. Du hast den Schießdreh und schon wegzieht. Genau. So machen wir das. Was haben wir mit dem Rot-Türsch? Hm. Ein Rentier wird mir noch fehlen. Oder Wolf. Hier kann ich mir einen guten Wolf vorstellen. Nee, der geht nicht. Dem braucht der Weihnachtsmann, die Rentiere. Der haut gar nicht hin. Kannst du am Weihnachtsmann seine Rentiere nicht abschießen? Warum nicht? Kann man. Wir sind da nicht so. Außer im Weihnachten wird sowieso dem nichts abgeschafft. Wer sagt das? Will ich jetzt nicht weiter drüber äußern. Was, Weihnachten wird abgeschafft? Oh. Naja. Das ist nicht schön, da gibt es ja keine Geschenke mehr. Ja. Sowieso alles überbewertet. Was, was, Geschenke? Hm. Okay. Heute geht es ja nur darum, wer die teuersten Geschenke gekriegt hat. Ja. Ja, stimmt. Und heute geht es bloß darum, ihr weißt, und dann ist ja das, was heutzutage so ist, das Unpersönliche. Man schenkt sich Geld. Entweder in Form eines Geldscheins oder in Form eines Gutscheins von irgendeinem Laden. Was ist daran irgendwie, was kommt daran vom Herzen? Weißt du? Nicht viel. Gar nicht, genau. Man soll sich schon ein bisschen Gedanken machen. Hm. Gibt es auch kleine Sachen, die einen Menschen glücklich machen können, als nur Geld. Ja, auf alle Fälle. Den beruhigt ja nur, aber macht den nicht glücklich. Das beruhigt, dass du schlau, dass du, dass du, ja, ruhige Nacht hast, dass du Dach über den Kopf hast dafür, aber das Herzliche wird halt momentan oder seit ein paar Jahren merke ich das halt, wie das immer weniger wird. Und heute, die Kinder bloß noch irgendwie, wie wenn da die Oma, meine Oma war auch so, die hat halt immer was gestrickt, Socken, Pullover oder sonst irgendwas und das hat man immer gekriegt. Und ich weiß, wie ich als Kind damals war. Als Kind hast du das einfach, toll, haben wir von der Oma gekriegt, mir eh bloß wieder Socken und bla bla bla. Und heute denkst du, boah, das war schon cool, weil die hat sich Mühe gegeben. Die hat das selber gemacht. Und nicht irgendwie da mit Geld ankommen oder irgendwas. Ja, wo du mal schnell eingekauft bist. Ja, genau. So einfach sich hinge... Ja, und wir haben waren, also wir, ich hab noch fünf Geschwister, jetzt hat die über das ganze Jahr über ja schon gestrickt. Natürlich war das, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so, ähm, haltere, nicht so, dass, damals hat man es halt nicht, äh, nicht als ernst genommen, dann hätten wir lieber irgendwie ein Gameboy bekommen oder sonst irgendwas, äh, aber doch keine gestrickten Socken und heute denkt man sich, schade, dass die Oma nicht mehr da ist und ihr Socken strickt. Mhm. Und die Socken waren ja auch relativ schön gewesen und haben warm gehalten. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Besser wie die, die, die man im Laden kauft. Aber damals hat man das nicht gesehen. Man hat nicht den Wert gesehen, dass der Mensch ja irgendwann gar nicht mehr da sein kann oder wird. Das ist eigentlich das... Ja, ich hab dir mal für die Jugend, äh, Socken. Die sagen gleich, Alter, hast du so noch alle? Da steht ja ja mal Adidas, Nike oder sonst irgendwas drauf. Ja, na. Ja, Quasi, wie war das bei dir als Kind? Oh, da haben wir ein Reh. Bist du männlich oder weiblich? Ich hab's doch keine Gameboys und Playstation. Ja, genau, wie war das bei euch? Ja, auf alle Fälle, selbst gestrickte Socken, äh, selbst gestrickte Bommelmützen, ja. Da gab es weiter so nichts Technisches. Ja, Retro Boy, leider darfst du da nicht mitmachen, weil ich das, ähm, in einer ruhigen, schönen Runde haben will morgen bei Ser Hunter. Und morgen wird kein Ser Hunter gespielt. Es wird LS gespielt, weil es heute ausgefallen ist. Wegen technischen Problemen. Deswegen fällt Ser Hunter morgen weg und dafür LS. Leider. Aber dann kannst du ja nochmal später irgendwann melden, wenn wir online sind. Genau, also ich bin ja sowieso des öfteren online und hab meine Server offen. Da könnt ihr ja versuchen, drauf zu kommen. Wenn ihr Glück habt, äh, kommt ihr drauf. Aber die sind immer meistens verdammt schnell voll. Oder der. Das ist ja auch noch was, da wo ich immer denke, warum kann man da nicht auch der Deck-Hatet was machen. Weil ich glaub, dann läuft, da würden die Spiele stabiler laufen. Weil die nämlich ja nicht am, äh, Ding selber liegen, sondern einfach, jeder kann sich seinen eigenen Server über Nitrato oder sonst irgendwas eröffnen. Und dann laufen die nicht stabiler. Aber, naja, dann brauchst du trotzdem nur die Connection zur Hauptseite, damit dort, äh, die ganze Aktualisierung in Stadt finden. Also das wird schon auch ein bisschen schwer werden. Ich weiß nicht. Ah, da ziehst du jetzt ein Tier, die dann so geschossen werden und so. Genau, genau. Oh, jetzt hat man dich ja elf. Schön. Ja, wieder Abschlussmäher. Aber jetzt sagt man so, ist ja nur, eigentlich nur, wenn die Daten übertragen werden, wenn ein Tier geschossen worden ist. Und heißt, wenn man jetzt zehn Minuten kein Tier geschossen hat, wird nur keine Daten. Also das ist nicht so, so ein ständiger Datenaufkommen, sag ich mal, ne? Ja. So, hab ich dir jetzt troffen. Der rennt. Scheiße. Aber dann noch mal hinterher, hier. Auflauf, gib nicht auf. Ja. Urschwere Landschaft hier, wirklich. Außerischöne Mühe. Oh, Carlo haut schon ab, so Leute. Mir fallen die Gucker zu. Sag gute Nacht, bis morgen. Ja, Carlos. Gute Nacht und schön, dass du da warst. Ja, ja. Wir haben noch, wir haben noch ein paar Streichhölzer da. Ja, für die Augen. Oh, oh. Ja, morgen ist auch schon der zweite Advent. Ja, die Weihnachtszeit kommt auch immer näher. Ja. Wie ist das bei euch eigentlich, Feier? Wie feiert ihr zusammen? Wie macht ihr das? Feiert die Familie? Ach, der war ja, so weit ist er gar nicht geflüchtet. Also ich ja mit der Familie, ne? Mhm. Also ich mache es einfach am Abend schön bequem mit meiner Frau. Einfach mal schauen, was so... Ja, wir haben hier zusammen gegriffen. Nein, echt? So, mal schauen. Oh, ein 143er mit 41.4 score. Körper, linke, Lunge, Rechnung. 86 Meter, 560 Kilo. Oh, der ist doch schwer. So. Ah, ich fand 244. Ich bin doch immer noch erster. Das geht doch gar nicht. Komm, die Leute, Jungs, streng doch mal an hier. So, nun brechen wir ab, bevor jetzt die Leute hier Motivation kriegen, mit Motivationsschub und uns alles wegschießen. Das kann ja wohl gar nicht eingehen hier. Verzweifeln, das gibt es nicht. Da ist so schön in die Handschaft. Vielleicht ein Rotfuchs und wieder durchgeschossen ist. Ja, ich muss schon sagen, das schaut wirklich gut aus. Was machst du? Rotfuchs-Durchschießschuss? Wie ist halt... Ja, gut, okay. Aber du müsst doch nochmal liegen bleiben. Ja, dieses zweite Mal angeschossen und kein Blut. Ich hab'n richtig so breiten, äh... Tu mal die Steinschleuter... Tu mal die Steinschleuter weg und nimm mal ne Waffe. Hab' ich ja. Achso. Oder ich würde mal Munition in der Waffe tun. Aber dann knallt die nicht weiter. Du sollst mit der Waffe dazu schlagen. Du sollst schießen. Oder mal die Platzpatronen rausnehmen. Hä, 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 hä. Wer hat das geschrieben? Hallo? Was? Was? Was, hallo? Wer das geschrieben hat, der möchte bitte herkommen und mir das zeigen, wie das geht. Wer hat was geschrieben? Du hast vorgelesen. Nein, das hab doch ich gesagt. Ich hab doch nichts vorgelesen. Ich hab doch gesagt, ich, das war doch von mir. Kannst du nicht. Denis, bleib ruhig. Bleib ruhig. Ich kann nicht lesen, ich kann nur Buchstaben aneinanderketten und daraus Wörter bilden. Schön, gell? Jetzt hat er einen Braunbär. Jetzt geht's los. Oh, jetzt, ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Oh, mir, ja. Sieht schon absurd aus. Ja, wie schaut's überhaupt aus mit unseren Punkten? Oh, ja, ich bin weit vorne. Mit 312. So, wollt auch wieder nicht. Milchbart hat 217. Quastin 184. Und Dennis 45. Ja, und wie schaut's aus? Bei dir wissen wir's jetzt nicht, gell? Patrick? Nee, aber ich glaube, ich hab wahrscheinlich nicht mehr die 100 CS-Score erreicht bis jetzt, weil ich hab ja nur zwei Wildschwe- äh, zwei, nee, drei, nur drei Höscher, äh. Okay. Drei, äh, ich hab grad bis jetzt gehabt und nicht andere, kein Reh. Kein Rotwuchs, kein Bären. Da hab ich immer, hab ich einen Rotwuchs gesehen gehabt und daneben geschossen, sag ich mal. Na? Da hab ich wieder einen Rotwuchs gehabt, wieder daneben geschossen, wie, außer, das hat zum Kotzen, das ist halt da. Ja, so was passiert. Man nimmt hier viel zu wenig Zeit zum Anvisieren, muss ich sagen. Ja, das merk ich bei mir auch noch. Das ist so eine Schwäche für mich. Das sieht man was und möchte gleich schießen. Das ist echt blöd. Man nimmt sich mehr Zeit für die Nachsuche als für das andere. Ja. Meist halt's anders. Oh, was denn? Oh, jetzt gucken... Ein Elch und ein Reh. Was möchte ich denn? Ich nehme Elch. Eine schwere Entscheidung. Obwohl, der Reh könnte nur einen CS-Score haben. Egal. Was groß ist. Je nachdem, wie der Elch aussieht, schöne Kettballer und so. So, nebenbei hat er definitiv getroffen. Gut. Sag's dir jetzt, nachher sag's dir, hast du ja eine Schiffhunde. Ich weiß, es wird irgendwas ab. Es wird irgendwas nicht gesehen. Verdammt nochmal. Oh, na ja. Oh, der ist auch schön, oder? Ne, der ist klein. Ah ja. Der will ich jetzt rein nehmen. Der liegt aber im ersten Schuss. Oder ganz kleiner, ey. Achso, der liegt schon. Oh, oben liegt ganz großer weg. Na toll. Scheiße, das kenne ich auch. Da war mehrere. Da schießt den Kleinen, da oben läuft der Große und haut ab. Ah, das. Mit der Eindruck wer zieht. Da war ich zu schnell. Da kannst du aber Glück haben, wenn du hinterherläufst, dass du nochmal kriegen tust du den anderen. Ja, ich gleich mal in die Richtung. Aber so weit lauf ich eigentlich nicht. Probieren wirkst einfach mal. Oh, ich höre irgendwo was. Ach, der ist ja niedlich, du. Ich höre irgendwo was laufen. Oh. Oh, 19,3 Score. Mal gucken, wo die anderen hinten sind. Ja, da wollte ich gar gerade die Elchkuh ja schießen, weißt du, mit Flitzebogen, aber naja. Hat die, hat die Kuh nur ein bisschen sauer gemacht, dass sie auf mir rufen gehen wollte. Da muss ich doch noch etwas lauter anschießen. Oh, männliche Elch ruft. Der kreut den Kohl mal zurück. Hier eine geile Nachsuche. Oh, komm, der Flitzebogen. Weil, ja, so ein Flitzebogen ist schon interessant bei der Nachsuche. Ich mach auch schon, ich hab den Pfeil. Oh, Mann, schafft der nach ne Weile. Na, schade, die Moderatoren sind genauso viel wie die Viewer. Auf der Viewerliste. Na ja, sieht man mal. Verstehe ich nicht. Na ja, wir haben jetzt aber 17 Zuschauer, komisch, komisch, komisch. Aber Samstag ist so viele gehen weg, das hier oder sonst irgendwas. Oh, da ist ein Reh, verdammt. Aber jetzt hab ich einen Echt gecrollt. Score 75 bis 180. Dann holt ihr. Ja, genau, das wär ja auch machen. So, Reh ist relativ massiv mit dem Score. Ach, scheiße, das Pfeil auch noch, verdammt. Hm, John, 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 John. Ja, jetzt muss ich das Reh hin. Ja, ich hab die falsche Taste erwischt. Weil das ist eigentlich eh uninteressant. Weil die reagieren ja eh nicht drauf, Gott sei Dank. Was ist los? Ist das wahrscheinlich nur für Samen eingebaut, oder? Ja. Oh, ein Kroll vom Reh. Da ist das Reh. Ich hab endlich mal wieder ein Kroll vom Tier gehabt. Oh, leider weltlich. Aber ich könnt ja keinen Lust drauf auf so weit. Scheiß, haut ab. Oder doch, ich nach 23 Uhr. Abgesprungen. So, mal schauen, was ich getroffen hab. Na, bestimmt. Ja, ja. Bisschen wie der Schütze, aber nicht, weil ich doch schon Steine gewesen. Ja, aber ich seh jetzt keine Spur. Verdammt noch mal. Nein. Ich kann nicht sein, dass ich das Reh jetzt nicht getroffen hab, oder was? So, da ist die Spur zu ziehen von dem. Da siehst du doch. Ah, da hinten, glaub ich. Warte mal. Nein, da ist flüchtend. Scheiße. Ich hab nicht getroffen. Ach komm, das kann ja wohl nicht sein, oder? Na doch. Nein, kein Treffer, da ist noch ziehend. Und ich find keine Spur, wo ich getroffen hab. Ach, verdammt noch mal. Und der Elch ist natürlich auch weg. Ah, mein Gott. Mein erster Schuss, was heute daneben ging. Schade. Aber auch sowas kommt vor der Kamera. Ja, und das Leid vor der Kamera. Was werden die Leute jetzt von mir denken? Nein, die wissen schon, wie du das schießen kannst. Ah, scheiße. Das ist weg. Ist ja wirklich nicht alleine, der nicht trifft. Naja, dann. Naja, naja. Kann man nix machen. Ja, genau. Retro Boy, ja, das stimmt. Ich war eindeutig mit dem Fadenkreuz drauf, aber man zieht ja, er kann nicht Blutspur gar nix. Schade eigentlich. Naja, was soll's. Kommt vor sowas. Da ist er doch. Ah, ah. Hast du noch nie gehört? Ja. Also Heike, die rechnet meistens noch nicht so weit weg. Die steht ja noch. Oh, und liegt sofort. Ja, wunderbar. Na, süß. Ist auch kein Riese, aber, ne? Ja, wieder ein schöner Abschluss. Das heißt nix. Schau mal, ob der Elch noch in der Nähe ist. Da hinten läuft wieder einer weg. Hallo, wie viele sind die denn gewesen, ey? Haha. Dann brauchst du einfach nur hinterherlaufen. Jo. Oh, man sieht, wie schwer der Elch ist. Ah, der ist wieder kleiner. Unter 30. Ja, geht aber auch noch mit 34er Score. Dennis, was bei dir jetzt los? Wann legst du mal nach? Ja, ich bin gerade hinterher. Ja, ich bin gerade hinterher. Ja. Na ja, na ja. So. Ah. Schuss auf Brorgenbär, okay. Ja, super. Im Knall. Geil. Ja. Dann schnapp dann, hol den weg. Zeig mir den CSS. War weiblich, aber ist ja egal. Ja, gib einen Score. Bei den Bären. Da passt das dann schon. Boah, das müsste so auch gewesen sein, den ich rein hatte. Okay. Wo laufen hier nicht alle runter? Dann war er das. Oh, und beim Reh habe ich jetzt Level 9 erreicht. Ja, schön. Das ist... Dein Fisch soll nix bringen, dann muss das Rosi ausbringen, ne? Ja. Auf alle Fälle. Wenn schon, denn schon. Augenbär ziehen, Quelle, Lunge, Herz. Oh, da wieder eine Bärenspur. Schnee. Es gibt wieder Schnee. Ja, Schnee, schneit ja. Oh, das war sonderbar. Ja, Quasin Dura kriegst du immer sonderburscht. Ja, genau nicht sagt 12 Kilo. Also schneit's nicht. So, und hast du gesehen? Äh, den Score, nein. Ach, 18, ja, 28,80 ist es, okay. Ja, Retro Boy, das auch nur, weil ich halt momentan schon sehr lange unterwegs bin. Und deswegen halt... Oh. Das hat ab, aber da habe ich ein Reh. Halt. Dich brauche ich. Ja, und irgendwann steigt man halt auf. Und heute hatte ich halt Glück, dass ich heute gleich drei Aufstiege hatte. Ja, so, dann schauen wir mal, da muss ein Reh kommen, von dieser Richtung. Müssen wir natürlich auch schießen. So, jetzt ein Stückchen vor. Und dann einfach noch mal kurz callen. So und hoffen, dass es kommt. Das war da drüben auf der anderen Seite und jetzt warten wir einfach mal. Schauen wir mal ein bisschen durchs Fernglas. Jetzt messe ich die ganze Zeit wieder weibliche Tiere bei mir. Ja und ich habe jetzt hier Schnee gestöbert, da muss ich jetzt ganz genau schauen. Jeder ist jetzt voll konzentriert. Wo ist es denn? Weiblich. Ich glaube, er ist männlich. Na ja, na ja, na ja. Das geht so wohl nicht. Kommt das jetzt oder kommt es nicht? Oder geht es das Kaffee trinken? Ich denke mir, wie immer von außerdem Kaffee trinken geht. Okay. Eine gehende Leere hier bei mir. Eins, was ich hier sehe, sind Steine, Bäume, paar Gräser und eine wunderschöne Landschaft. So. Ist doch auch was. Ja. Sieht doch sehr schön aus. Mal so einen Bären jetzt hier vielleicht zu finden, wäre auch noch eine schöne Sache, aber... Ja. 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 Ja, das auf alle Fälle. Aber es passt. Es ist schön gemütlich und da passt es voll. Also ich fühle mich gerade richtig gut. Hm. 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 Ja, LP John Myers Fan, hallo, also der Jakob, was ich halt bei Hamilton cool finde, weil da musste, weil halt so wenig Tiere da sind, du musst da mehr gucken, mehr, ja, die, genau, Beobachtung mal, beobachten, also einfach mal ein bisschen rumstehen und einfach mal ein bisschen die Lichtungen oder sonst, die, gerade im Wald, wenn da stehst, einfach das Ganze mal ein bisschen beobachten und das ist halt wieder eine Herausforderung, finde jetzt ich. In real life schießt sie ja auch nicht laufend was ab. Richtig, ich möchte nicht wissen, ich hoffe, dass der Jäger draußen ist und mal ohne, wobei die heimkommt. Ja, fünf, sechs Stunden auf dem Hochsitz und dann können sie wieder gehen, weil sie nix gefunden haben oder nix vorbeigekommen ist. Ja. Ist ja hier kein Action-Spiel, ne? Nee, noch nicht. Ich warte nur darauf, bis du irgendwann mal den Jäger hier rausbringen willst. Wer hat was bekommen, Jakob? Was meinst du? Wer hat es? In real 부분? Ja. Und das ist für mich. oro Ach, ES, Eurotrack Simulator, hat, äh, Askamon und Anton gewonnen. Oh, sehr schön. Ja. Ach, siehste, hier wohl, Kering, du kriegst ja noch einen Popo. Ja, mit einer, hast du peitsche Kohl, oder? Ich denk schon, zeig dir die Gewille, also in der Liste, wer dabei war, ich denke, wubbeln ich, wir haben mich vergessen. Ja, und ich hab da echt nicht dran gedacht, weil ich einfach da, ja, die übernehmen den fertig. Und, mein Gott. Dann hab ich gesagt, okay, jetzt kann ich mit den einen nicht nochmal rumwegziehen und lassen wir es einfach gegen beide fertig. Ja, war irgendwie blöd, war alles klar, Anton war es glaube ich, ne? Ja, da hat er sich gefreut und dann, ja. Und die dritte, die dritte Version, die geht an, äh, Pete. Der will das Spiel nämlich auch mal spielen. Dann hab ich gesagt, okay, weil er sich die Zeit auch genommen hat, und so weiter, mit dem Interview und so weiter. Oh, 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 nein, der Bär haut ab, verdammt, da oben war ein Bär. Ach du Scheiße, viel zu spät gesehen. Verdammt, jetzt ist er, jetzt ist er über den Hügel. Ach du Scheiße, erst Schnauze halten. So Leute, jetzt wird er mal gequatscht. Seid ihr geschossen. Los, weiter quatschen. Hallo John, hab ich gesagt gerade so gut. Mir geht's gut. Ich hab auch gerade einen Hügel gehabt. Hügel ist ja nicht multitaskingfähig. Ist ja nicht multitaskingfähig. Ist ja keine Frau. Ne, ne? Ach so. Aber quatschen ist es. Quatschen ist multitaskingfähig. Na, übt der immer auf Lazy mit Niki zusammen. Ah, okay. Oh, mein Schatz schläft schon, sagt die Niki. Oh, wie süß. Manu. Der Niki ist noch wach, ja? Ja, Niki hat gerade, jetzt wird er geschrieben. Also das heißt, sie lebt noch. John, da musst du die Strafe ausführen, ne? Was? Ja, die Strafe. Ach so. Popo klatscht mit anlaufen. Ne, mach ich nicht. Mach ich nicht. Oh, der, ich hatte eine komische Körperhaltung hier. Die Körperhaltung muss ich jetzt nicht, ähm, erklären, wie die aussieht. So, das ist ein und dasselbe Bär. Wo ich hier falle. Oh, die Kapitze, ähm, Elch. 41 Meter, Körper, Leber, Score von 160 und ein CS-Score von 50. Okay. Und 83,4% geerntet. Okay, cool. Von dem mach ich jetzt mal einen Trophyshot. Ja, das kannst du machen. Ja, Elfenblume, also Niki grüßt sie, grüßt ihr Bärchen. Ich grüße mein Bärchen. Ach, wo ist ja nett von ihr. Welchen? Den ersten oder zweiten, wo ich geschossen hab? Ha, 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 ha. Da ist der nächste Bär. Oh, der hat aber irgendwie einen Zappel, Philipp. Ey, komm, der liegt nicht im Schuss. Alter, das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Wo ist denn der hin? Der hängt bestimmt am Baum. Ha, 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 ha. Lass mal schauen, was ich getroffen hab. Der hängt, der hängt, der hängt. Der hängt ja seine Jagdkünste. Mal gucken, was ich getroffen hab. Nein. Nein. Ups. Körper. Ach, du Scheiße. Wer hat den Körper getroffen? Alter, Vater. Komm, schön, danke. Ach, Scheiße. Irgendwann, weil wir jetzt noch uns treffen. Körper trifft's ja meistens eigentlich, wenn du nur anschießen tust. Jaja. Das ist halt die Frage, wo ist die nächste Spur? Ich rufe doch an längsten, ne? Ich dachte, geht mal zur See, hier ist was? Nö, nix. Ich kann jetzt bloß noch mal schauen, weil ich find da keine weitere Spur. Vielleicht ist er ja doch noch runtergerutscht. Von dem Hügel, mal schnell gucken. Ach, das ist ein kleines Reh. Zwei kleine Rehe sind auch ein großes. Ich weiß nicht, was da raus ist. Ach, weiblich, mal, Bräuten. So, dann schauen wir mal. Hier. Ne, runde gerutscht ist er nicht. Ah, da drüben geht er weiter. Ah, da ist die Blutspur. So, dann schauen wir mal. Lass mich dich finden, mein Freund. Mein Freund der Bär. Ups. Was jetzt? Lording? Warum? Ich will die Map nicht. Soll das? Jetzt ja. Gut. Da unten ist ne Spur. Was ist die von dem? Ja, sieht so aus. Hm? Jawoll. So. Hm. Jawoll. So. Hm. Hm. schon wie ein weibische dreh na wo ist das jetzt hin keine weiteren spuren das gibt es doch nicht gibt es doch gar nicht gibt es doch gar nicht die leiden ja ja Nein, wo ist jetzt die Spur hin? Spinne ich jetzt, oder was? Darf ich dann noch mal zurück, und wir wollen mal schauen, ob ich irgendwo eine übersehen hab. Ah, das ist jetzt voll blöd, wenn du einen gewissen Körper erwischst, weil die können halt dann noch tagelang weiter marschieren. Schön, ich hab meine Bärenspur wieder. Ja, mal schauen, der kann ja auch abgebogen sein, das machen die ja auch öfters. Sie einfach mal die Richtung ändern. Ah, Hammer, da haben wir die nächste Spur, schön. Mein erstes Reh. Da kommt noch was von links, was kommt da denn noch? Ah, egal. Boah, alles abhaut hier. Wollte ich grad sagen, na mal, willst ja nie, wer danach kommt. Mach aber noch ein Reh, na ja, eins hat er getroffen. Und heute sind später auch noch der andere nach. Hätt ich doch lieber warten sollen beim Schießen, da haben wir's wieder. wieder jede menge zeit wird die nachsuche verdammt noch mal und die zeit nimmst du dich kurioserweise weil du da bist du nicht der einzige so arbeiten tut ja auch schon ein paar mal hinter mir habt ja das ist genau das ist das problem du denkst du aber jetzt den schuld mit dem muss nicht so verschießen dass der mich wittert und dann ist er weg und dann hätte ich lieber doch noch zehn sekunden länger gewartet na ja leider ist es so das rennt der voll auf die grenze zu verdammt sie nicht so die ganze ja der kann durch ich nicht ich werde wieder zurückgeschickt weil die sommer weiß ja ohne visum geht es nicht man muss einfach mal kohlen vielleicht kommt da noch mal zurück ja mit was also da hat er jetzt wieder geschissen also so schlecht kann es nicht gar nicht gehen nein jetzt ist das ganze da wo man da sind es mehrere spuren da geht er wieder da rennt er wieder zurück noch mal richtig abdrehen da rennt er noch wieder darunter auf die grenze zu da ist er wieder da lang wird schauen wir mal ein männlicher herrsch männlicher Elch. Ein männlicher Hirsch. Hört sich gut an. So, dann machen wir jetzt folgendes. Den habe ich gecrawlt. Da warten wir jetzt. Geht noch mal zurück und nimmt die Spur wieder auf vom Bären. Vielleicht kommt der Elch auch. So, ich glaube die war jetzt hier irgendwo. Ja, hier ist er. Gut. So, und jetzt sind wieder die 20 Zuschauer da. Sehr schön. Ja. Ja, ganz kurz nochmal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonnieren würdet. Also die, die mich noch nicht abonniert haben bei YouTube. Unter LP John Meyers findet man mich. Ja, würde mich echt freuen. Nicht, dass ich jetzt betteln möchte. Ne, machst du Werbung, ne? Für den Kanal. Ja, ja, ich mach Werbung. Mach Fremdwerbung. Ich mach jetzt Fremdwerbung für LP John Meyers. Das wollte ich gerade sagen. Ihr denkt, Fremdwerbung ist verboten. Stimmt, weil hier bei Twitch heißt John Meyers LP. Ganz komisch. Ach so? Mhm. Ich habe den ich heute nicht auf mein Handy gesucht habe. Ich habe ja gesagt, wo ist denn da? Ich habe den nicht gefunden, ob ich jetzt unterwegs habe, wo ich jetzt schreiben können. Ja, so. Mhm. Ich weiß nicht, warum, wo da Fehler auch drin war, ey. Ja, siehst mal. Ich kann es halt immer einig, aber wir sind suche LP John Meyers. Da habe ich ein Stück keine Antwort. Ich weiß nicht, was ist denn da los, ey. Ah, wir sind wenigstens mehr Bescheid bei Twitch Weeks. Nein, ich muss denn. Da kann man wenigstens noch unterwegs noch verfolgen, was da so drin steht in dem Chat. Ja, da kann ich den Chat damit verfolgen, aber den Stream selber siehst nicht, oder? Ich sehe den ja. Konnte ich gar nicht sehen, natürlich, ne. Aber auf jeden Fall haben sie andere Leute angezeigt gehabt, die da gerade einen Stream hatten und... Ja, ist auch wahrscheinlich auch eine Sache mit dem Traffic, aber man hügt da. Also jetzt... Da geht aber noch 20 Minuten hier. Schnee, Schnee, Schnee. Wenn du natürlich mit Schnee mit gehst, dann ist sowieso so da, allklar. Schwier'n Call. Oh, männlich. Eine männliche Drehleine. Ja, das weg mir jetzt aber anlocken hier. Ja, wo finde ich jetzt endlich den... Bären, verdammt. Oh, den hole ich mir, der Dreh. Muss ich nur gucken, wo der kam. Da bei den... Weil die Rehe muss ja aufpassen, die sind da relativ schnell, ne. Okay, was hier, was... Da, ich sehe ihn. Gerade... Gerade wenn man dann nur geile Bock kommt, ey, dann losse mal hier. Oh, 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 oh. Da oben ist ne richtige Herde, da zwei Stück mindestens. Okay, ist keine Herde, aber... Jetzt liegt da. Ja, da haben wir jetzt doch noch gefunden, den Bären. Ja. Mit der 223 kann ich auch hier schießen, ne? Ja. Auf 180 Meter weg mir wegknallen, ne? Obwohl, mit dem Anschluss ist er übrigens ein richtig weg. Ja. Obwohl, ich kann auch warten, bis er da ist. Bei wenig Warte, dann kann ich für irgendeine Flitzebogen schießen. Man muss erstmal beobachten, aber... D.K. Blue, juhu. Ja, hallo, D.K. Blue. Okay, er kommt. Er kommt. Ist immer schön an die Rehe, wenn ihr die ankäuzt, da kommen die gleich, ey. 20er Score hat der Bär. Ist weiblich. 258,2 Kilo. CSS, äh, 42.6. Cool, 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 ne? So, auf Facebook könnt ihr den da wieder begutachten. So, dann schauen wir mal. Was hat die überhaupt das Ergebnis? Ja, vorne liege immer noch ich. Oh, Milchbart holt mich langsam auf. Jo, langsam, ne? Ja, aber wir haben zusammen 963 schon zusammengeschlossen. Das ist doch cool. Oh. Ja. Sooo... So, aber Leute, ich glaube, jetzt machen wir dann langsam mal Feierabend. Mal drauf, um 10 geht's ja weiter. Was hab ich eigentlich morgen als erstes? Weiß ich gar nicht. Muss ich gucken. Ja, ich muss mich noch um den Surfer kümmern, dass der funzt. Also wenn's nicht hinhaut, es gibt die Möglichkeiten doch ganz schnell an Kohle zu kommen, damit wir wieder Fahrzeuge kaufen können. Den, den wir damals hatten. Genau, dann machen wir das halt einfach. Mal schauen, ob ich den irgendwo hab. Sonst muss ich Bescheid sagen, das ist ja eine Sache von 5 Minuten. Also ich denk mal an eine Stunde, anderthalb Stunden, krieg ich den Surfer wieder so weit, denn das war kommt, dass alle die ernten können. Okay, cool. Die Terra-CVC. Ab wann bist du morgen online? So, dann gibt's mir noch 5 Minuten? Nein. Wenn nicht, musst du den schon einfach schreiben, John. Ja, der Ding bestimmt ja, der Quast, der kann ja den Surfer weiter laufen lassen. Okay, jetzt hab ich mal einen Bär. Wir verabschieden uns langsam. Sonntag, 8.12. Genau um 10 Uhr Fahrsimulator, Fahrschule-Ethisch. Die schauen wir uns mal an. Wird bestimmt witzig. Ah, schön, nur einen schönen Braunbär im Knall. Ja, super. Gucken wir mal, das soll einer nur riesen. Vor Feierabend machen. Alles kann man, hast du auch noch was zum Sammeln? Nö, ich hieß dann auch nichts mehr. Gut. War's denn bei dir? Nö, Moment nicht. Der Fuchs kommt nicht. Warte mal kurz. Er hat zwar schon gerufen, aber er reagiert wahrscheinlich nicht. Hm, Korsi? Ja. Warte mal kurz, ich muss noch mal den Reh einsammeln. Ja. Ha! Sammeln mal. Ha! 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 Ja, Retro-Boy. Wie heißt das so schön, wenn's am schönsten ist, wenn man aufhört? Nein, aber ich bin zwar heute auch fix und fertig. Ja, morgen ist ja noch einen Tag, oder? Ja, auf alle Fälle bin den ganzen Tag schon am zocken. Oh, 76er, der war schön. Das ist doch. Ja, das ist schöner. So, und jetzt? Ja, wir haben die 1000 CSS haben wir überboten. Wir haben 1039.87 CSS zusammengeschossen. Das ist doch cool, oder? Ja, nur durch meinen letzten Schuss. Ja, mit deinem letzten Schuss haben wir's geschafft. Cool. Doch, schön. 63,8. Insgesamt haben wir 24 Abschüsse. Ich hab's, ich... Ja, also ich hab 7, und Milchbald hat auch 7, ich hab 355, und Milchbald hat 305. Ja, Milchbald ist hinter mir, ja. Ja, ja. Endlich mal. Ansonsten rennt er immer davon, und, ja. Das ist halt die Karte gewesen heute. Jetzt weiß er, warum er aufhören will, weil Ascommon holt ihn ein. Da sagt er jetzt manchmal über Schöne. Ha, 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 scheiße, die hab ich voll durchschaut. Nein, Schmarn, ich bin wirklich fix und fach sie. Ja. Jetzt einfach ein bisschen Ruhe. Was heißt Ruhe? Also, einfach vom Zocken mal ein bisschen weg und einfach mal ein bisschen... Ja, nicht zocken. Such die. Ah, such die, such die, such die. Okay, Leute, hat Spaß gemacht. Ja. Finde ich hoch. Genau. Und, ja, wir sind uns dann morgen, ab 10 Uhr geht's weiter. Mit Fahrschuls, äh, ja, Fahrschul-Ettisch, Fahrschulsimulator, bla bla bla. Und dann schauen wir uns, also Fahrsimulator. Und sonst, ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr so fleißig mitgearbeitet habt heute. Und mal gucken, was wir... Ja, wenn es morgen noch erfolgreich weitergeht, so wie bis jetzt, dann wird im Januar, Februar oder März die nächste richtiges Zockerwochenende sein. Mal schauen, was ich dann mache. Also, das werde ich dann öfters machen. Und nicht vergessen, ab nächste Woche, für die, die was morgen keine Zeit haben, ab nächste Woche einfach mal meinen Kanal ein bisschen beobachten, denn da erfährt ihr, wann ich das erste Mal im Webradio die Bild der böse Kiwi-Sound online sein werde. Äh, deshalb meine, meine erste, ja, Spiele-Show liefere. Natürlich brauche ich da dann auch die Zusammenarbeit mit euch allen, denn sowas in dem Ding, wie ich geplant habe, gibt's noch nicht. Also, wir haben keine, äh, Möglichkeiten irgendwo irgendwas nachzuschauen, wie andere das machen. Sondern wir stehen da ganz am Anfang mit nichts und, ja, bauen das einfach Stück für Stück auf. Ja, gut. So, auf alle Fälle jetzt ist Feierabend. Gute Nacht! Tschööö. Schön, dass ihr dabei wart bei der Yacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.